Das ist ein Schicksal, das ist ein Schicksal, das ist ein Schicksal. Gevatertod, so schau mich an, ich schlage dir ein Schnippchen, so dann. Da sind sie nun, die Krampus-Schergen, und Gevatertod ist nicht zu verbergen. So schaut ihn euch an, den Krampus, mit seinen Glocken. Dies ist nun die Zeit, wo der Nikolaus kommt, Frohlocken. So wollen wir zeigen, den strömenden Regen, und die Kinder, die nicht fürchten den Krampus-Schergen.